Und mit dieser einfachen Methode kann man es schaffen, über 124 Euro netto pro Stunde zu verdienen. Verdiene 124,80 Euro pro Stunde mit dieser einfachen und genialen Methode. Ja, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werde ich dir mal eine geniale, spannende Methode vorstellen, wie du es schaffen kannst, in nur einer einzigen Stunde über 120 Euro zu verdienen. Das Ganze auf legale und seriöse Art und Weise mit einer 100% seriösen Plattform aus Deutschland. Schau dir das Ganze jetzt bis zum Ende an. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wichtig, dieses Video hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen. Deswegen schau dir das Ganze jetzt konzentriert bis zum Ende an, leg alles andere beiseite und befolge wirklich diese Schritte eins zu eins, wie ich sie zeige. Zuallererst schauen wir uns natürlich an, wie viel man damit verdienen kann. Und zwar im Schnitt sind hier über 124 Euro möglich und zwar eben 124,80 Euro in einer Stunde. Wenn wir das Ganze jetzt mal auf einen Arbeitstag, also 8 Stunden hochrechnen, mal 8, wären wir dann hier eben nach 8 Stunden bei 989,40 Euro, was sich jetzt erstmal unfassbar anhört. Aber ihr werdet gleich wissen, wie das Ganze funktioniert, wenn ihr euch dieses Video angeschaut habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Mein Name ist Leon Kramer und hier auf diesem Kanal gibt es immer die neuesten und besten Methoden in den Bereichen Online-Geld verdienen und passives Einkommen aufbauen. Wenn dich diese Themen interessieren und du auch in Zukunft Online-Geld verdienen möchtest, kannst du gerne den Kanal komplett kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann bist du immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine weiteren Videos mehr, die dir dabei helfen, neue Einnahmequellen im Internet aufzubauen. Heute haben wir eben ein extrem spannendes Thema und zwar, wie man es schaffen kann, nur durch Wörter tippen eben über 120 Euro pro Stunde zu verdienen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß dabei. Ja und zwar zuallererst geht ihr auf Google, dann gebt ihr hier bei Google 10 Fast Fingers Deutsch ein und klickt dann einmal auf Suchen. Dann öffnet sich schon hier dieses erste Ergebnis. Und hier geht ihr dann eben rauf, German Deutsch Text Practice 10 Fast Fingers bzw. 10 Fast Fingers. Dann öffnet sich schon diese Seite hier. Und hier müsst ihr dann einfach ein paar deutsche Wörter einmal eingeben. Das Ganze startet eben automatisch. Das heißt, hier müsst ihr so viele Wörter wie möglich eben tippen. Das heißt, hier zum Beispiel alles, dieser Hund und so weiter und so fort. Ich werde es jetzt einmal kurz demonstrieren und dann zeige ich, wie es dann gleich weiter geht. Das heißt, hier werde ich jetzt einmal mit starten und dann startet der Timer automatisch. So und zwar sind wir jetzt hier auch schon durch mit dem Test. Ich habe jetzt hier 89 Punkte erreicht. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie viele Punkte ihr erreicht hattet. Wir hatten ja schon mal so eine Art Challenge gemacht. Damals hatte ich dann auch ein paar Amazon Gutscheine verlost. Und ja, schreibt einfach mal in die Kommentare, wie viel ihr geschafft habt. Hier sehen wir nochmal mein Ergebnis. Und zwar, ich habe hier eben für diese Wörter eben eine Minute und sechs Sekunden gebraucht. Ich habe hier 92,53 Prozent richtig geschrieben. Das heißt, ich hatte hier eben mehr 223 richtige Tastenschläge. Und zweimal habe ich mich noch verbessert und eben 37 Wörter richtig getippt und zwei Wörter falsch geschrieben. So, hier sehen wir jetzt nochmal mein Ergebnis im Vergleich zum Durchschnitt und zum besten Ergebnis. Das heißt hier, ich lege hier bei einer Richtigkeit von 92,53 Prozent. Das ist schon mal deutlich besser als der Durchschnitt weltweit. Im Durchschnitt schaffen die Leute hier 45 Wörter pro Minute. Ich schaffe leider nur 40, aber damit bin ich auch schon zufrieden. Das beste Ergebnis überhaupt ist natürlich unfassbar. Hier 129 Wörter pro Minute. Und der hat diese Wörter hier einfach oder die Person hat diese Wörter einfach in gerade einmal 21 Sekunden getippt. Das ist einfach mal eine Hausnummer mit nochmal einer Richtigkeit von 94,65 Prozent. Aber mein Ergebnis ist schon sehr, sehr gut. Und wie viel wir damit jetzt verdienen können, das schauen wir uns jetzt an auf der nächsten Seite. So, und zwar sehen wir jetzt hier einen Verdienstrechner. Damit können wir jetzt genau ausrechnen, wie viel wir damit verdienen können. Und zwar, wir haben ja hier schon vorhin auf der Seite gesehen, dass ich hier eben 40 Wörter pro Minute schaffe. Das heißt, das können wir ja ganz einfach hochrechnen jetzt auf eine Stunde. Das heißt, hier in 40 bzw. in einer Minute schaffe ich eben 40 Wörter. Das heißt, auf eine Stunde hochgerechnet mal 60 mal 60 wären das dann hier eben 2400 Wörter in einer Stunde, die ich hier schreiben würde. Dazu geben wir dann hier einfach eine Stunde ein und stellen dann hier das Ganze eben auf 2400 Wörter ein. Zack, Moment, ich stelle es mal eben ganz genau ein hier auf 2400 Wörter pro Stunde. Und dann sehen wir ja schon, wir würden jetzt hier an einem Tag mit gerade einmal einer Stunde Arbeit eben 124,80 Euro verdienen. Auf einen Monat hochgerechnet bei eben 22 Arbeitstagen wären das hier schon 2745,60 Euro eben bei gerade einmal einer Stunde Arbeit am Tag. Natürlich können wir das Ganze jetzt auch hochstellen, wenn wir zum Beispiel zwei oder drei Stunden arbeiten, dann würden wir hier tatsächlich schon knapp 8000 Euro verdienen. Wenn wir jetzt weniger schaffen, weil wir müssen natürlich auch überlegen, ganz klar, dann wäre es natürlich dementsprechend weniger. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel nur 1500 Wörter knapp pro Woche bzw. pro Stunde schaffen würden, dann wären es hier immer noch 233 Euro pro Tag. Und es kommt natürlich ganz klar auch auf die Qualität an. Das heißt, ich habe jetzt hier mal eine Fünf-Sterne-Qualität ausgewählt. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel nochmal in die sogenannte Direct Order kommen mit beispielsweise hier 10 Cent pro Wort, dann wäre es natürlich nochmal deutlich, deutlich mehr. Oder wenn wir jetzt eben als Computeranfänger zum Beispiel hier mit einer Drei-Sterne-Qualität starten würden und hier beispielsweise eben ja acht Stunden am Tag ganz normal arbeiten würden, würden wir trotzdem eben knapp 170 Euro pro Tag verdienen, was natürlich super wäre. Wie ihr das alles hier schaffen könnt, werde ich euch jetzt natürlich Schritt für Schritt zeigen. Und zwar funktioniert das Ganze mit der Plattform content.de. Hier könnt ihr euch ganz einfach kostenlos anmelden und eben mit Texten Geld verdienen. Und zwar in Schritt 1 gebt ihr hier einmal einen Beispieltext bzw. Mustertext an. Dann könnt ihr schon die ersten Aufträge übernehmen, Texte schreiben und auch schon euer Honorar, das heißt euer Geld eben kassieren. Das Ganze könnt ihr eben ganz normal als Nebenjob machen oder eben auch Vollzeit, wenn ihr den eben wollt. Ich habe euch natürlich vorhin schon ganz genau gezeigt, wie viel man damit ungefähr verdienen kann. Was hier eben der große, große Vorteil ist, wenn hier zum Beispiel jemand ist, der Texte schreibt und das Ganze ohne die Plattform content.de macht, dann muss derjenige sich erstmal natürlich Kunden suchen, muss sich eben Aufträge suchen und da geht natürlich eben sehr, sehr viel Zeit drauf. Im Durchschnitt knapp drei Stunden pro Tag. Alleine dafür, dass man hier eben Texte suchen muss, überhaupt Aufträge bekommt etc. Und hier auf der Plattform bekommt ihr schon zahlreiche Aufträge direkt zugewiesen und könnt dann auch direkt schon starten. Müsst euch null darum kümmern, dass ihr neue Aufträge bekommt, sondern könnt ihr direkt schon starten mit euren Texten und eben hier sehr, sehr gutes Geld verdienen. Hier sehen wir dann eben die verschiedenen Textabstufen bzw. Qualitäten. Das heißt, ihr werdet dann eingestuft. Entweder ihr seid eben ein 2-Sterne-Texter, 3-Sterne-Texter, 4-Sterne-Texter und so weiter und so fort bis eben zu 5 Sternen. Und je besser eben eure Qualität der Texte ist, desto mehr bekommt ihr pro Wort. Hier könnt ihr dann zum Beispiel 8,3 Cent pro Wort bekommen. Um das mal besser auszudrücken, wenn man zum Beispiel eine einzige Seite schreibt, würde man hier beispielsweise für eine Seite schon über 40 Euro bekommen. Für eine Seite, die man eben schreibt, wenn ihr jetzt nur eine 4-Sterne-Qualität habt, dann würdet ihr 16,50 Euro bekommen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine mittlere Qualität habt, beispielsweise 4-Sterne, würdet ihr 16,50 Euro bekommen. Und wenn ihr eine Anfangs-, also eine 2-Sterne-Qualität habt, würdet ihr 9,5 Euro bekommen. Ja, eine sehr, sehr gute Sache, um eben von zu Hause aus Geld zu verdienen. Wann gibt es die Auszahlung? Die Auszahlung gibt es tatsächlich täglich. Und wie wird hier eben ausgezahlt? Hier gibt es zahlreiche Zahlungsmethoden, zum Beispiel hier natürlich über SEPA-Überweisung, aber auch als Echtzeit-Überweisung oder eben direkt aufs Paypal-Konto. Wieso ist das Ganze eben so gut geeignet, um eben seriös von zu Hause aus Geld zu verdienen? Ganz einfach, weil ihr eben zeitlich flexibel seid. Das heißt, ihr könnt arbeiten, wann ihr wollt und ihr könnt euch entscheiden, wie lange ihr arbeiten wollt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel eine Stunde am Tag arbeiten, aber auch 8 Stunden oder 12 Stunden am Tag arbeiten. Das ist komplett egal. Ihr braucht keinen einzigen Cent Startkapital. Das heißt, keine Anfangsinvestition notwendig. Natürlich müsst ihr einen PC und Internet haben, das ist ja klar. Und die Verdienste können eben täglich abgerufen und täglich ausgezahlt werden. Das heißt, wenn ihr heute eben 1 Euro verdient, beziehungsweise zum Beispiel heute 100 Euro verdient, könnt ihr euch direkt diese 100 Euro auszahlen lassen. Müsst dann nicht erstmal wochenlang drauf warten, sondern bekommt direkt euer Geld. Und das Ganze hier natürlich bei einer komplett seriösen Plattform aus Deutschland. Wenn ihr hiermit starten wollt, geht ihr einfach auf content.de und könnt dann hier auf jetzt kostenlos registrieren klicken. Dann könnt ihr euch hier kostenlos anmelden. Es kann natürlich sein, dass die Plätze sehr, sehr schnell vergeben sein werden, weil es natürlich eine super Möglichkeit ist, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Deswegen habe ich euch in der Videobeschreibung nochmal ein paar weitere Alternativen zum Online-Geldverdienen verlinkt, mit denen ihr auch von zu Hause aus starten könnt. Das heißt, hier beispielsweise, wie ihr auch im Schlaf Geld verdienen könnt. Dazu hatte ich ja schon einige Videos gemacht. Ich werde die Plattform noch einmal ganz kurz einblenden. Und zwar gibt es da zum einen die sogenannte Autocopy-Methode. Hatte ich ja schon das ein oder andere Mal vorgestellt. Hier könnt ihr eben ganz einfach Top-Trader kopieren. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel einen Profi, der sich mit Aktienhandel sehr, sehr gut auskennt. Und der erzielt dann einen Gewinn. Zum Beispiel kauft eine Aktie für 100 Euro ein und verkauft sie dann für 120 Euro weiter. Hätte dementsprechend einen Gewinn von 20 Euro. Und diesenjenigen könnt ihr dann einfach mit einem einzigen Klick auf Autocopy kopieren und bekommt dann die genau gleichen Ergebnisse auf eurem Konto gutgeschrieben. Das könnt ihr eben rund um die Uhr machen. Da habe ich mir letztens auch wieder 400 Euro ausgezahlt. Ich habe euch mal ein Video hier dazu oben rechts verlinkt. Oder ihr könnt das Ganze selbst einmal testen mit dem Link in der Videobeschreibung. Dann klickt ihr auf Registrieren und könnt euch kostenlos anmelden. Oder ihr könnt auch mal auf teamlehrung.de vorbeischauen. Hier haben wir nochmal einen kompletten Online-Kurs für euch vorbereitet. Mit insgesamt 20 Wegen zum Online-Geldverdienen. Hier stellen wir Plattformen vor, mit denen wir schon zwischen 10.000 bis 100.000 Euro verdient haben. Alles in über 11 Stunden Laufzeit und 85 Videos. Und ihr könnt hier aktuell schon für nur 2 Euro mit dem Kurs starten und Zugriff auf alle Videos bekommen. Ja, dann hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.